Der erste Baum Der erste Baum Der fraule Junge schlief direkt vor einem Portalbaum ein So einer will Baumläufer werden Welch ein Sakrileg Plato Tut mir leid, aber mein Freund Jerry braucht wieder Hilfe Ich habe keine Zeit für Fremde Fremde? Aber ich bin doch Jerry Er glaubt, die Pappfigur bin ich Und an mich erinnert er sich gar nicht Welcher Wicht Wagt es die Waldesruhe zu stören Wagt die Kröte ärgerlich Sie machte es ganz und gar nicht, wenn man sie weckt Da ist ja die riesige Kröte aus unserem Wald Der kleine dumme Jerry war tatsächlich so beschränkt Eine gigantisch gefährliche Monsterkröte ansprechen zu wollen Ich sollte sie mal ansprechen Vielleicht weiß sie ja, wie ich hier rauskomme Eine sehr gute Idee Der kleine dumme Jerry ist völlig verwirrt Natürlich habe ich das nicht so gemeint Natürlich habe ich das nicht so gemeint Die Dornenbüsche sind im Weg Freunde müssen einander helfen Der kleine dumme Jerry hatte noch nie so spitze Dornen gesehen Natürlich habe ich das nicht so gemeint Die Dornenbüsche sind im Weg Der kleine dumme Jerry hatte noch nie so spitze Dornen gesehen Ihre Spitzigkeit machten dem ohnehin schon feigen Jungen eine Heidenangst Spitzigkeit Nein, der Dornenbüsch hat zu spitze Dornen Na schlappe Hey Komm doch hoch und schlapp du dich durchs Gestrüpp Ha, wusste ich's doch Freunde müssen einander helfen Zwei große Felsen Die natürlich viel zu schwer für Hühnerbrust Jerry waren Ha, dir zeig ich's Siehste Mama hatte recht Die Milch macht's Was ist denn das? Das sieht ja aus wie ein Skript Im Band des Zaroff Erster Akt Der kleine dumme Jerry Ich bin doch nicht dumm Hahaha Gehasst von allen Waldbewonern Nein, das ist nicht wahr Immer nur am Nerven und schnorren Gar nicht Endlich zertrampelt von der bösen Felsenkröte wer, wer schreibt denn sowas gemeines? Was für eine Heususe! Nichts ist so, wie es scheint. Du musst aufgeben. Die Geisternägel verdunkeln die Seele des ersten Baumes. Gib einfach auf, die Echsen! Zahrov! Hurra für Zahrov! Ich muss Zahrov aufhalten! Verdammt! Freunde müssen einander helfen. Das ist doch... Jerry ignorierte den unscheinbaren und völlig unwichtigen Nagel. Der böse Geisternagel, von dem der alte Magier sprach. Die Felsenkröte ist im Weg. Ich muss mir was einfallen lassen. Natürlich habe ich das nicht so gemeint. Die Kröte atmet ganz schön schwer. Kein Wunder, sie ist ja ganz zugekleistert mit hässlichen Postern. Ich werde versuchen, die Zettel abzureißen. Ich werde dich zerquetschen. Sie lässt mich nicht an sich ran. Du hast uns alle ins Unglück gerissen. Uns ausgenutzt. Du willst auf meinem Fahrrad mitfahren? Aber ich muss doch die Post austragen. Jerry war egal, was der Frosch sagte. Denn er war zu faul zum Laufen. Was? Aber so war das doch gar nicht. Das sind ja riesige Kastanien. Die passen bestimmt genau in die Nasenlöcher der Kröte. Die passen bestimmt genau in die Nasenlöcher der Kröte. Sie lässt mich nicht an sich ran. Sie lässt mich nicht... Sie lässt mich nicht... Der dumme Junge hatte wohl zu viel Zeit. Also warf er sie einfach zum Fenster raus. Was der Schalter wohl macht? Er macht Licht. Wie überraschend. Hallo? Guten Tag. Luminanz Beleuchtungsservice. Wie kann ich Ihnen helfen? Ein guter Freund von mir würde gerne mal wieder im Rampenlicht stehen. Wer ist denn der Glückliche? Eine große Kröte. Hier auf der Bühne. Sehr schön. Wie sehr eine wirklich gewaltige Aufgabe den Herren ganz auszuleuchten. Einmal Rampenlicht Deluxe. Kommt sofort. Oh, die sitzen aber fest. Nimm deine Hände von mir, Mensch. Die sitzen zu fest. Ich muss mir was anderes überlegen. Ein Wunder, dass die Kröte überhaupt atmen kann. Mit den Zetteln an den Nasenlöchern. Die Poster sind echt grässlich. Sagt dir der dumme Junge, der sein Weltraum-Octopus bildt aus der ersten Klasse für ganz große Kugels. Hey, ich hab ne vier Minus darauf bekommen. Hallo? Hallo, junger Mann. Das übliche wieder. Ja, bitte. Einmal Rampenlicht Deluxe. Kommt sofort. Oh, oh. Die Kastanien sind ihr ganz schön tief in die Nasenlöcher gerutscht. Nimm deine Hände von mir, Mensch. Ich... Achoo! Mein Geist klärt sich. Ich war bereit, dich zu zerquetschen. Doch der Bann, der meinen Geist verwirrte, ist nun gebrochen. Ich kehre nun heim an den Strom der Zeit. Ist euch das nicht gut genug? Hehehehehehe. Freunde müssen einander helfen. Ich... Das ist doch... Jerry ignorierte dich. Der böse Geisternagel von dem der alten... Ah. Das bringt nichts. Hallo? Hallo, junger Mann. Das übliche wieder. Ja, bitte. Einmal Rampenlicht Deluxe. Kommt sofort. Der dumme Junge hatte wohl zu... Also... Freunde müssen einander helfen. Soll ich das etwas sein? Na was glaubst du denn? Na was glaubst du denn? Ja. 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 Natürlich habe ich das nicht so gemeint. Plato... Ist alles in Ordnung? Tut mir leid. Aber mein Freund Jerry braucht wieder Hilfe. Ich habe keine Zeit für Fremde. Fremde? Aber ich bin doch Jerry. Jerry war egal, was der Frosch sagte. Denn er war zu faul zum Laufen. Was sagst du, Jerry? Du willst mein Fahrrad ausschleihen? Aber ich muss doch die Post austragen. Jerry war egal, was der Frosch sagte. Er würde sich das Fahrrad einfach nehmen, wenn sein Freund schlief. Er glaubt, die Pappfigur bin ich. Und an mich erinnert er sich gar nicht. Freunde, wüsste ich besser, Kobra war. Hm, wohl kein Ton zum Mitnehmen. Jerry, wo warst du denn? Wo ich war? Zuletzt waren wir drei in dem dunklen Tunnel. Und dann... Hauptsache ist, dass es dir gut geht. Das wollte ich auch gerade sagen. Freundschaft entfernt den Nagel? Das klappt am Karnel! Das klappt am Karnel! Hey!